Seit fast 50 Jahren sind wir von B. Braun bereits im Kanton Luzern zuhause. Der tägliche Antrieb unserer 1.100 Mitarbeitenden hier in der Schweiz ist es, das Leben von Menschen zu schützen und zu verbessern. Und dies mit Medizinal- und Pharmaprodukten sowie Dienstleistungen aus Luzern in über 64 Ländern weltweit. Um dieses anspruchsvolle Ziel langfristig und nachhaltig erreichen zu können, finden wir hier in Luzern ideale Voraussetzungen vor. Zum einen fällt es uns stets leicht, kompetente Partner für unsere ambitionierten Expansionspläne zu finden. Zum anderen fällt es uns leicht, durch die sehr gute Bildungsinfrastruktur stets hochkompetente Fachkräfte zu gewinnen für die verschiedensten Aufgaben im Unternehmen. Wichtige Bausteine sind hier unter anderem aber auch sicherlich die lokal ansässige Hochschule und Universität in Luzern. Nicht zuletzt bietet der Standort Zentralschweiz eine hervorragende Infrastruktur für Familien und ganz generell einen sehr hohen Freizeitwert für unsere Mitarbeitenden. Daher genießt der Standort auch weit über die Landesgrenzen hinaus eine sehr hohe Attraktivität. Und dies sehen wir an den 31 Nationalitäten, die momentan für Bebrauen in der Schweiz arbeiten.